Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und mir persönlich geht es sehr gut, jetzt wo ihr wieder eingeschaltet habt. Das war smooth, oder? Ich muss heute direkt in den Fall rein starten, da es ein Fall ist, der mich sehr bewegt hat und sehr mitgenommen hat. Ich habe das Ganze damals ziemlich nah mitbekommen, denn meine Oma wohnt tatsächlich in der Gegend, wo all das passiert ist und meine Oma ist ein ganz, ganz großer Schatz, der sich auch mal viele Sorgen macht und als das Ganze so in den Nachrichten war und ich als Kind in meinen Ferien immer bei meiner Oma war, hat sie angefangen, sich ganz so Sorgen zu machen und immer wieder nachgefragt, wann ich denn nach Hause komme und ja, deswegen kann ich mich noch so genau daran erinnern, als all das passiert ist und täglich in der Tagesschau und im Radio wieder und wieder gegeben wurde. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, lasst uns gar nicht lang schnacken, sondern direkt in den Fall starten. Es ist der 3. September 2010 und wir befinden uns in Grefrath, Nordrhein-Westfalen. Der kleine Mirko S., er ist zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt, ist den ganzen Tag mit seinen Freunden unterwegs gewesen. Gemeinsam haben sie in einem Skatepark im Viertel gespielt, sich ausgetobt und ausgepowert und nun gehen alle nach Hause. Das letzte Mal wird Mirko mit einem Freud zusammen an einer Bushaltestelle gesehen. Da trennen die Wege der beiden sich und Mirko geht von dort aus alleine nach Hause. Kurz bevor er aufbricht, telefoniert er noch einmal mit seiner Mama. Mirko ist mit dem Fahrrad unterwegs und will jetzt ganz schnell nach Hause flitzen. Es sind ganze 4 Kilometer, die er da fahren muss, aber für Mirko ist das gar kein Problem. Er ist sehr, sehr sportlich, sehr aufgeweckt und aktiv und solche Strecken sind für ihn ein leichtes. Jedoch soll an diesem Tag alles anders sein, denn Mirko wird nicht nach Hause kommen. Er wird auch nicht mehr an sein Handy gehen und als seine Eltern sein leeres Zimmer bemerken, rufen sie die Polizei. Am 4. September wird er dann als vermisst gemeldet. Mirkos Mutter erzählt in einem Interview, dass sie Mirko damals erst am nächsten Tag als vermisst gemeldet hat, weil sie in den Medien, in den Nachrichten und in den Krimis ja immer gehört hat, dass die Suche nach einem Kind sowieso erst nach 24 Stunden beginnen würde. Die Polizeibeamten sagen ihr aber, um Gottes Willen, wenn es um ein 10-jähriges Kind geht, sagen sie bitte sofort Bescheid, wenn etwas ist. Und so nimmt die Polizei die Anzeige auch sehr, sehr ernst. So fangen sie am nächsten Tag mit der Suche an. Praktisch ganz NRW wird durchgekämmt auf der Suche nach dem kleinen Mirko. Die Polizei beginnt eine riesige Suchaktion. Mit Lautsprechern wird in den Orten nach Mirko gerufen. Jeder, der etwas gesehen oder gehört haben will, soll sich bitte melden. Und es dauert gar nicht lange, bis sich der erste Zeuge meldet. Er berichtet, dass er auf dem Weg zum Brötchenholen ein Fahrrad am Wegesrand hat liegen sehen. Das lag ungefähr ein Kilometer von Mirkos Elternhaus entfernt. Und dann ist er eben Brötchen holen gegangen und auf dem Rückweg lag das Fahrrad immer noch dort. Weil es dermaßen zurückgelassen und weggeworfen aussah, hat er es mitgenommen und hat sich gedacht, das kann ich ja für meinen Sohn aufbessern. Und kurz darauf beginnt er schon mit den Aufwertungsarbeiten. Das Fahrrad wird akribisch geputzt und mit einem Hochdruckreiniger gesäubert. Das Ganze hat mich so ein bisschen an meinen Opi erinnert. Er hat nämlich auch früher immer alles, was er am Wegesrand gefunden hat, für uns Enkeln mitgenommen und daraus was gebastelt. Einmal hat er mir ein ganzes Fahrrad nur aus Schrott zusammengebaut. Überall hat er kleine Metallstücke gefunden. Hier hat er eine Klinge gefunden. Und so hat er dann in seinem Garten was zusammengeflext. Und dann hatte ich am Ende ein sehr, sehr individuelles Fahrrad, was so noch nirgends auf dem Markt gewesen ist. Und der hätte das Fahrrad sicherlich auch mitgenommen. Und daran ist ja auch nichts Verwerfliches. Das ist ja ein schöner Gedanke. Problem nur, das Fahrrad war jetzt komplett gesäubert und jegliche Spuren, die man daran hätte finden können, wurden mit dem Hochdruckreiniger weggeputzt. Als dieser Zeuge dann in den Nachrichten auch immer wieder von Mirko hört, der auf seinem Fahrrad auf dem Weg nach Hause war, kommt ihm langsam der Gedanke, dass es vielleicht Mirkos Fahrrad war, welches er damit eingepackt hat. Und so bringt er es zu der Polizei, leider aber, wie gesagt, auf Hochglanz poliert. So kann man am Fahrrad keine Spuren mehr festmachen. Es steht nun aber dafür, dass Mirko entführt wurde. Das ist jetzt der naheliegendste Verdacht. Warum sonst sollte er sein Fahrrad einfach irgendwo liegen lassen? Sein geliebtes Fahrrad, mit dem Mirko sonst immer kilometerweit durch die Gegend gebrettert ist. Während viele noch Hoffnung haben, gibt es da schon diese erfahrenen Ermittler, die, die schon alles gesehen haben, die kaum noch Hoffnung hatten, gerade in solchen Fällen nicht. Und die haben damals schon angedeutet, dass Mirko wahrscheinlich nicht mehr leben würde. Die Zwölf-Stunden-Grenze war bereits überschritten. Und diese Grenze sagt viel über die Überlebenschance von Opfern aus. Denn die allermeisten Kinder leben nach ihrem Verschwinden nicht länger als so zwölf Stunden. Bald kommen weitere Zeugenaussagen rein, die der Ermittlung helfen. Immer wieder ist die Rede von einem Fahrzeug, welches am fraglichen Abend auf einem dunklen Feldweg geparkt hatte. Ein junger Mann, der auf dem Weg nach Hause von seinem Handballtraining war, kann sich daran erinnern, irgendwo in der Nähe dieses Feldweges ein Licht aufblitzen gesehen zu haben. Später stellt sich dann heraus, dass es das Licht von Mirkos Fahrrad war, welches aufgeblitzt ist, als der Täter das Fahrrad weggeschoben hat. Das ist aber nicht alles, was der Handballer gesehen hat. Er sagt auch, dass er die Marke des Autos erkennen konnte. Ein VW Passat Kombi. Parallel geht die Suche nach Mirko immer weiter. Die Felder werden durchkämmt, Hubschrauber und Hundertschaften werden eingesetzt. Polizeihunde verfolgen auch eine Spur von Mirko. Die Spur führt in Richtung Wachtendonk, das ist eine Nachbargemeinschaft, verliert sich dann aber schon im Ort Forst. Sogar Seen werden abgetaucht. Polizei, Taucher drehen jeden Stein um, in der Hoffnung etwas über Mirko zu erfahren. Am 4. September meldet sich dann wieder eine Zeugin. Diese bringt eine Jogginghose mit. Die hat sie auf einem Parkplatz zwischen Grefrath und Hinsbeck gefunden. Ähnlich wie der Mann, der das Fahrrad gefunden hat, hat auch sie sich gedacht, ach ja, die nehme ich mit, die kann ich meinem Enkel schenken. Die Tochter dieser Frau, die die Hose dann entgegengenommen hat, hat sie aber wiedererkannt. Sie kannte die Hose noch aus den Nachrichten, aus den Berichten und den Fahndungsplakaten und hat sie sofort der Polizei überreicht. Die Polizei durchkämmt daraufhin sofort diesen Parkplatz und wird fündig. Ein völlig durchnässtes Polohemd und Mirkos Unterwäsche liegen auch dort verstreut. Ein paar Kilometer weiter entdeckt man dann Mirkos Handy. Die Polizisten versuchen dann herauszufinden, wo sich das Handy zuletzt eingeloggt hat. Doch ist der Umkreis viel zu unpräzise und das Ganze bringt die Suche nicht wirklich weiter. Aber die Hose ist relativ ausschlussreich. Man findet nämlich verschiedene Spuren an ihr. Spuren, die mit der Aussage des Handballers übereinstimmen. Man kann nämlich Mikrofasern von einer Autorückbank feststellen, die nur in diesem speziellen Passat VW Kombi Modell so vorhanden sind. Und krass, oder? Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie viel man mittlerweile über die Spurenermittlung herausfinden kann. Und so können sie sagen, Mirko hat auf dieser Rückbank gesessen. Oder die Hose hat zumindest dort gelegen. Für die Polizei ist jetzt klar, wir müssen alle VW Passate in der Umgebung hops nehmen. Es sind über 2.300. Aber das hält niemanden auf. Sie fangen an, einzelne Autos zu durchsuchen, Proben zu nehmen und ins Labor zu schicken. Alles jedoch ohne Erfolg. Und an dieser Stelle muss man sich einmal kurz in die Familie von Mirko hineinversetzen. Es ist nahezu unmöglich, aber da gehen Wochen über Wochen, Monate ins Land ohne einen weiteren Erfolg in der Suche, ohne weitere Ergebnisse und vor allen Dingen ohne Mirko. In einem Interview erzählen die Eltern später, dass das das Allerschlimmste war, diese Hoffnung irgendwo beizubehalten, aber selber nicht mehr so richtig dran zu glauben. Mirkos Vater hat das Ganze mit einem Freiflug verglichen. Er hat gesagt, es hätte sich so angefühlt, als würde der Fallschirm nicht richtig aufgehen, als würde man fallen und fallen, ohne zu wissen, wann der Boden kommt und ob man es schafft oder auch nicht. Noch immer suchen über 1.000 Einsatzkräfte nach Mirko. Es ist mittlerweile eine der größten Suchaktionen, die es in NRW jemals gegeben hat. Am 24. September kommt den Ermittlern dann noch eine weitere Idee. Etwas, das sie bis jetzt noch nicht versucht haben. Sie mutmaßen, dass der Täter aus der Region stammt und die Strecke, die er an dem Abend von Mirkos Verschwinden gefahren ist, häufiger fährt. Dass es so seine Routine ist. Ingo Thiel ist hier der Hauptermittler, der sich durch diesen Fall auch nochmal einen ganz besonderen Namen gemacht hat. Häufig wird das als der Fall seines Lebens beschrieben. Und er veranlasst nun, dass der Radar, der an dieser Straße steht, manipuliert wird. Der Blitzer wird von 80 auf 25 kmh runtergeschaltet. Praktisch jeder, der dort vorbeifährt, zwischen 20 und 0 Uhr an diesem Tag, wird also geblitzt. Mehrere hundert Autos konnten so erfasst werden. Doch auch diese Suche bringt erstmal keine Ergebnisse. Mirkos Eltern suchen in der Zeit den Weg in die Öffentlichkeit. So sitzen sie einmal in der Sendung von Aktenzeichen XY, um das Volk nach Mithilfe zu bitten. Mirkos Mutter sagt, Für uns ist er einzigartig. Für uns hat er Leben ins Haus gebracht. Kein Essen ohne Lachen. Jetzt ist sein Stuhl leer und sein Zimmer auch. Gib bitte unser Kind zurück oder sag, wo wir Mirko finden können. Währenddessen ist den Ermittlern auch noch ein weiterer Einfall gekommen, wie man an den Täter herankommen könnte. Und diese Idee hat mit Handys zu tun. Sie überlegen jetzt, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Täter zu der Tatzeit am Handy aktiv war. Er wird ja schlecht telefoniert haben oder gechattet haben, während er Mirko etwas angetan oder entführt hat. Und deswegen versuchen sie herauszufinden, welches Handy eingeloggt war in dieses Funknetz, aber inaktiv war. Über 200.000 Daten werden nun gefiltert und geprüft. Und aus diesen 200.000 Leuten bleiben am Ende drei übrig. Die Polizei tritt jetzt an die Provider und also an die Telefonanbieter heran, um herauszufinden, wer da am Handy war beziehungsweise sein Handy eben zum fraglichen Zeitpunkt am fraglichen Ort dabei hatte. Und eine Company möchte den Namen dieser Person nicht herausgeben. Es ist die Telekom. Die sagen, hier wird unser Mitarbeiter gerade verdächtigt und den wollen wir schützen. Damit kommen sie glücklicherweise nicht lange durch. Also ist ja ganz loyal von der Telekom, aber es geht hier darum, dass ein Kind verschwunden ist. Und vor Gericht kann man die Telekom dann dazu zwingen, dass sie den Nutzer herausgeben und den Namen des Mitarbeiters verraten. Und der lautet Olaf H. Olaf H. ist ein Familienvater aus dem Kreis Krefeld. 17 Kilometer lebt er von Mirkus zu Hause entfernt. Die Polizei ist sich ziemlich sicher, ihren Mann gefunden zu haben. Jedoch reichen die Beweise bei weitem nicht aus. Hauptermittler Thiel wendet sich jetzt an eine der Koryphäen der Spurenanalyse. An Harald Schneider. Und zusammenarbeiten sie zwei Wochen lang durch, versuchen alle Spuren, die man an der Hose zum Beispiel festmachen konnte, nochmal auf den Kopf zu stellen und nochmal durchzugehen. Der Hose alleine entnehmen sie über 2500 verschiedene Schuppen, Hautpartikel und Mikrofasern. Bei der Analyse dieser kann man dann natürlich auch den S-Spuren ausmachen. Die von Mirko und die des Täters. Nach 14 Tagen konnte man dann ein Profil erstellen. Mirko S. saß wohl auf der Rückbank eines Mannes, der selber einen Sohn hat, mit dem er oft irgendwo hinfährt. All das konnte man an der Hose alleine erkennen. Also ich bin leider ein totaler Noob in Naturwissenschaften und Bio, Chemie, Physik und Mathe, das waren auch wirklich die Fächer, wegen denen ich damals fast mein Abi nicht geschafft hätte. Das war wirklich knapp am Ende. Aber das finde ich wahnsinnig spannend. In solchen Momenten finde ich das so schade, dass ich gar kein Gespür für Wissenschaften habe und gar keine Fähigkeiten in die Richtung. Denn das ist ja wirklich Wahnsinn, wie viel wir mittlerweile an einer Hose alleine feststellen können. Und so hilfreich. Eines Morgens um 6 Uhr in der Früh klingelt es dann bei Olaf Haar. Als er aus dem Fenster guckt, sieht er erstmal einen Nachbar. Sein Nachbar, der neben ihm wohnt, und das haben Nachbarn so an sich, Lucia, der Polizist ist. Und Olaf Haar denkt sich nichts, öffnet die Tür und der Nachbar ist involviert. Die Polizei hat ihm Bescheid gesagt und er hilft bei der Verhaftung von Olaf. Die Sonderkommission übernimmt also, sobald Olaf die Tür geöffnet hat, und sie nehmen ihn mit. Die Speichelprobe, die Olaf entnommen hat, ist deckungsgleich mit denen aus dem Auto. Zunächst leugnet Olaf den Mord an Mirko. Er behauptet, das Kinds Tod aufgefunden zu haben und dann irgendwo hingebracht zu haben, um es zu vergraben. Er wollte nur helfen, sagt er. Natürlich glaubt man ihm kein Wort. Alle Beweise deuten in genau eine Richtung und Olaf zeigt der Polizei dann auch, wo er Mirko hingebracht hat. In einem kleinen Waldstück bei Krefeld hat er den Jungen vergraben. Trotzdem behauptet er weiterhin, ihm nichts angetan zu haben. Das ist etwas, was Hauptermittler Thiel als sehr normal ansieht. Er berichtet davon, dass Täter häufig am Anfang in so eine Verleumdungshaltung gehen, dass sie erst mal sagen, ach, ist alles Quatsch, was ihr mir hier vorwerft, und das sind Lügen, und ihr wollt mich doch nur in ein Licht rücken, und korrupt seid ihr alle. Aber irgendwann knacken sie dann ein. Und genau so ist es mit Olaf. Nach Stunden des Verhörs gibt er plötzlich alles zu. Er gesteht sexuellen Missbrauch an Mirko und dass er ihn danach getötet hat. Wer aber ist dieser Olaf H.? Er, der ja mittlerweile als unscheinbarer Familienvater in den Medien bekannt ist, ist eigentlich genau das. Er ist frustriert, er hasst seinen Job und kommt jeden Abend deprimiert nach Hause. Seinen Nachbarn ist er nie groß aufgefallen. Er war immer der Mann von gegenüber, der mit den Kindern, der jeden Tag zur Arbeit gefahren ist, dieses bürgerliche Leben, vielleicht sogar spießige Leben geführt hat. Niemand, der irgendwem aufgefallen ist. Olaf H. erzählt, er habe unter ständigem Berufsstress gelitten. Den musste er irgendwie abbauen. Und so ist es dazu gekommen, dass er regelmäßig, statt nach Hause zu fahren, nach seinem Job erst mal in der Gegend herumgedüst ist. Ich glaube, er wollte auch nicht richtig nach Hause kommen. Also es wirkt alles so, als habe es einige Probleme gegeben, bei denen Olaf zu feige war, die anzugehen. Denn ich denke mir, wenn du unglücklich bist, dann tu etwas dagegen. Dann nimm dein Leben in die Hand. Wenn dein Job dich nicht erfüllt, dann such nach Alternativen. Wenn es Probleme zu Hause gibt, dann sprich sie an. Meine Mutter sagt immer, es gibt für fast alles eine Lösung. Und daran glaube ich fest. Und einfach zu verdrängen und immer weiter was aufzubauen und das aber dann wieder zu ignorieren, das ist keine Lösung. So fährt Olaf stundenlang herum auf der Suche nach einem Opfer. Auf der Suche nach jemandem, an dem er seinen Frust auslassen kann, über den er Macht auswirken kann. Zwei Stunden vor der Tat will eine Zeugin ihn schon an einem Feldrand stehen gesehen haben. Da hat er wohl schon rumgelungert und ja, darauf gewartet, dass ihm jemand in die Arme läuft. Mirko war ein Zufallsopfer. Jedes andere Kind hätte es treffen können. Und als Olaf Mirko dann sieht, wie er auf seinem Fahrrad und der Herr Geradel kommt, weiß er, er soll es sein. Er stößt das Kind von seinem Fahrrad und verfrachtet ihn auf der Autorückbank. Das Fahrrad wirft er noch in die Wiese. Das dürfte der Moment gewesen sein, in dem der Handballer ein Licht hat aufblitzen sehen. Und an der Stelle ganz kurz ein Appell an euch, aber auch an mich selber. Ich glaube, dass Intuition schon eine gute Sache ist. Und wenn man das Gefühl hat, hier ist irgendwas schief, hier ist irgendwas komisch, folgt der Sache. Lieber einmal zu viel Hey rüberrufen, so was ist da los? Alles gut? Kann man helfen? Irgendwie sowas in die Richtung als einmal zu viel wegzusehen. Also das ist jetzt gar kein Front an den Handballer. Wahrscheinlich hat er sich überhaupt nichts dabei gedacht. Einfach so ein Licht aufblitzen zu sehen, ist ja nichts Ungewöhnliches an so einer Straße. Aber das dachte ich mir so. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, lieber einmal zu viel Hilfe anbieten. Fast 30 Minuten lang fährt er jetzt mit Mirko auf der Rückbank umher. Der Junge erleidet dabei Todesängste. Vor Angst näscht er sich sogar ein. In einer menschenleeren Gegend hält Olaf dann das Auto an. Er klappt daraufhin dann die Lehnen der Rückbank um und missbraucht Olaf in seinem Auto. Dabei merkt Olaf H. jedoch, dass das Ganze nicht sein Ding ist und beendet es. Nun hat er aber Angst, dass Mirko ihn verpetzen könnte, seinen Eltern etwas sagen könnte und beschließt, das Kind zu töten. Er erdrosselt und ersticht Mirko. Dann fährt er in einen Wald und vergreibt seine Leiche. Für Olafs Familie, Freunde und Bekannte kommt das Ganze wie aus dem Nichts. Wie gesagt, war er eher der unscheinbare Typ. Jemand, der nicht angeeckt ist und nicht aufgefallen ist. Bei der Deutschen Telekom hatte er eine Position als Manager. Er war eine Führungskraft. Mit einem IQ von 138 galt er als hochbegabt. Olaf H. war, wie gesagt, ein Familienvater. Er hatte zwei Söhne und eine Tochter und war mittlerweile zum dritten Mal verheiratet. Aber auch seine Ex-Frauen reden positiv über ihn. Niemand scheint einen Groll gegen ihn gehabt zu haben. Niemand scheint eine Rechnung mit ihm offen gehabt zu haben. Jedoch ist da das, worüber ich gerade eben schon gesprochen habe. So sagt ein Gutachter über Olaf, er habe ein hohes Ausmaß an Verdrängungs- und Verleugnungstendenzen. Sprich, Probleme, die er im Alltag hatte, Probleme, die er mit sich, mit seiner Ehe, seinem Job hatte, hat er nicht angepackt. Er hat sie verschleppt und ignoriert. In der Hoffnung, sie würden sich in Luft auflösen. Aber das machen Probleme meistens nicht so von allein. Im Endeffekt bleibt unklar, warum Olaf H. Mirko das alles angetan hat. Die Antwort werden wir wahrscheinlich nie erfahren, denn er schweigt. Ein Gutachter sagt, er würde Olaf H. nicht als Pädophilen kategorisieren. Er vermutet, dass ihm eher dieses Machtgefühl gefallen hat. Das Gefühl, über einen anderen Menschen verfügen zu können, zu entscheiden, wann dieser Mensch stirbt. Darüber hinaus sagt er, Stress haben wir alle. Und dann, das ist jetzt Wortlaut, nur wenige Menschen würden deswegen zu Mördern und noch weniger zu Kinder Mördern werden. Frustration gepaart mit Aggression und der Unfähigkeit, diese abzuleiten, sei als Tatauslöser denkbar, aber nicht als Hauptursache. Es muss ein ganzes Motivbündel gewesen sein. Im Verhör hat Olaf H. darüber gesprochen, dass endlich mal jemand etwas macht, wie ich es will. Vor Gericht sagt er jedoch über sein Motiv, ich habe noch keine Antwort gefunden und deshalb schweige ich. Er selbst könne sich die Tat nicht erklären. Ihm sei aber bewusst, was für eine schreckliche Tat er begangen habe. Es ist ein Albtraum, den ich nicht entrinnen kann. Die Tat tue ihm unendlich leid und er erwarte keine Vergebung. Dass er zum Motiv geschwiegen hat, wird Mörkos Familie aber ein Leben lang begleiten, so die Anwältin von Mörkos Familie. Und auch hier finde ich Olaf H. wieder unfassbar feige. Auch hier versucht er wieder, dem Problem aus dem Weg zu gehen. Er versucht sich nicht, mit allem auseinanderzusetzen. Er versucht nicht, darüber nachzudenken. Er versucht nicht, sein Motiv zu ergründen, sondern er sagt einfach, ich weiß es nicht. Er verleugnet und verdrängt auch wieder hier. Olaf H. bekommt die höchstmögliche Strafe. So wird er zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Auch Olas Familie leidet unter seinen Taten. Sie wurden nicht nur von einem Tag auf den anderen mit einer ganz neuen Seite ihres Vaters oder ihres Ehemannes, ihres Freundes konfrontiert, sondern mussten auch Identität und Wohnort wechseln. Und so bleiben zwei gebrochene Familien zurück. Zwei Familien, die sich ein Leben lang die Frage des Warums stellen werden. Und das alles nur, weil ein Mann zu feige war, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich nach einem Machtgefühl gesehnt hat, welches er niemals bekommen wird. Denn darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Macht ist nicht, andere zu kontrollieren. Macht ist nicht, anderen etwas anzutun oder sie zu etwas zwingen zu können. Macht ist, wenn man Respekt dadurch bekommt, dass man ein guter Mensch ist, dass man etwas für andere tut und sich auf diesem Wege dann Anerkennung verdient. Aber das hat Olaf H. nicht verstanden. Ja, ich schicke ganz viel Kraft an die Familie von Mirko S. Ich bin sehr beeindruckt von den Worten, die sie in Interviews gesprochen haben, wie sie darüber reden, dass sie sogar Olaf H. vergeben haben, wie sie darüber reden, dass sie versuchen, selbst in dieser ganzen Sache das Gute zu sehen und daran glauben, dass Mirko jetzt im Himmel ist und glücklich ist. Und das wünsche ich ihm auch sehr. Ich hoffe, dass es war. Ich hoffe, dass es so ist. Naja, ich hoffe auch, dass es euch allen gut geht, dass ihr noch einen schönen Abend habt. Lasst mir eure Gedanken zu dem Fall gerne in den Kommentaren da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!